jo leute was geht und herzlich willkommen zu diesem video und zwar ich wollte euch da einfach darüber informieren ich wollte heute long dark aufnehmen bzw halt jetzt bei mir ist jetzt freitag okay samstag um 12 31 nachts und ich wollte gerade long dark aufnehmen für heute und ich starte das spiel ich lege mich schlafen ganz normal weil ich halt müde war und ich sterbe also das let's play ist im prinzip jetzt vorbei ihr könnt gerne in die kommentare oder jetzt oben abstimmen ob ich damit jetzt weitermachen soll oder nicht ihr könnt das gerne entscheiden jeder der zuguckt bitte an diese fucking teil an diese fucking abstimmung mitmachen weil ich sonst kein plan habe ob er das jetzt wollt oder nicht ich bin gerade richtig sauer weil ich eigentlich gerade nur chillig aufnehmen wollte und das spiel sich denkt einfach nur du fix jetzt den boden deswegen bist du tot wow fick dich spiel gott ja nachdem ich mich jetzt eine halbe stunde darüber aufgeregt habe dass dieses spiel jetzt nicht funktioniert beziehungsweise dieses spiel einfach nur behindert ist und sich denkt ja du legst dich jetzt schlafen und du stirbst daran habe ich mir gedacht ich frage jetzt euch ob ihr das sehen wollt ich kann auch in ein anderes spiel let's play von mir aus ihr könnt es gerne in die kommentare schreiben was ich let's playen soll ich habe mir heute destiny 2 gekauft ihr könnt gerne darüber jetzt entscheiden ob ich jetzt destiny 2 oder the long dark let's playen soll aber das ist ein entweder oder bitte weil ich kann mich nicht auf zwei let's play gleichzeitig konzentrieren das ist einfach nur eine sache von mir in zukunft vielleicht kann ich auf zwei gleichzeitig aber jetzt nicht ich habe einfach keine zeit dafür also vorher kam eine abstimmung also destiny 2 oder the long dark bitte abstimmen sonst fick ich eure mutter ja aber das war es jetzt auch mit dem video ich hoffe es war informativ genug abonniert mich damit ihr nichts mehr verpasst haut rein leute und ciao